Das Reisewetter am Freitag, 21. Juni In Budapest wird es am Freitag sonnig. Die Temperaturen sollen bis auf 35 Grad steigen. In Debrezin bleibt es sonnig und leicht bewölkt. Die Höchsttemperaturen sollen bei um die 34 Grad liegen. Auch in Gür wird es am Freitag sonnig, bei Temperaturen bis zu 35 Grad. In Hewis bleibt es sonnig. Die Temperaturen können bis zu 35 Grad ansteigen. In Peets wird es sonnig, bei Höchsttemperaturen bis zu 36 Grad. Auch in Seget wird es am Freitag sonnig. Die Temperaturen sollen auf 37 Grad steigen. In Mischkuls bleibt es sonnig, bei Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad.